Jo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RumbleStarSoccer. Wir haben hier ein neues Turnier oder beziehungsweise ein neues Event. Ich werde jetzt erstmal hier ganz kurz da diese Box öffnen. Oh, ich habe eine Melone bekommen. Ich habe eine Melone bekommen. Die kenne ich natürlich noch gar nicht. Was ist das? Eine Melone, was macht die denn? Ich kann das im Moment noch gar nicht so wirklich. Ich weiß aber auch nicht, was die bringt. Da ich mich mit dem Teil nicht auskenne und ich jetzt als allererstes Mal hier dieses Turnier machen möchte. Weil ich möchte nämlich hier Tickets. In sechs Stunden endet das. Ich möchte nämlich diese Robbe da bekommen. Jo, würde ich mal sagen, lassen wir es einfach mal rennen. Oh, ich habe die auch jetzt schon. Alter, geh doch mal da hin. Oh mein Gott, was sind denn das hier alles so Teile? Kenn ich gar nicht. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich kenne die Dinger alle überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was die hier machen. Nein, 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 nein. Der kann ja sowieso nichts eigentlich. Der kann ja hier eigentlich nichts. So. Komm, geh mal mit der Robbe. Mach mal ein Tor. Aber kann die Robbe überhaupt irgendwas? Ähm. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Geh mal. Ja, genau. Nein, 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 nein. Jetzt muss mal hier irgendwas passieren. Genau, dass das Ding mal da wegkommt. Und so, was kann denn hier überhaupt irgendwas? Ähm. Ich checke das gerade noch nicht. Ich kenne diese Figur noch alle überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was die alle, was die alles können. So, jetzt hat er mir doch tatsächlich hier, was ich überhaupt nicht so toll finde. Äh, meine Güte. Geh doch mal da weg. So. Ja, äh, pff. Sorry, aber was soll man denn damit jetzt großartig machen? Also ganz ehrlich, was soll man damit großartig aktuell anfangen? Mach mal den Frosch hier, komm. Keinen Plan, was das Ganze hier soll. Ich habe hier gerade überhaupt keinen, ich habe überhaupt keinen, das kann doch nicht wahr sein. Was soll man denn da machen? Ich brauche jetzt auf jeden Fall irgendwie ein Tor. Nur ich weiß gerade nicht wie. Das ist irgendwie überhaupt nicht schön. Ich kenne es, also das ist überhaupt nicht schön. Sorry, aber... Was ist das denn für ein Käse? Was ist das denn für ein Käse? Sorry, aber was soll ich denn damit anfangen? Komm, balle mal der Teil da jetzt vor. Nochmal eine Robbe. Okay. Was soll ich denn damit jetzt anfangen? Ich könnte ja gar nichts hier. Komm. Das kann nicht wahr sein. Ja, damit habe ich jetzt schon quasi verloren. Weil ich überhaupt nicht mit dem Ding hier klarkomme. Ich habe keinen Plan, was man damit... Also, das ist mir irgendwie so... Diese Robben sind ja alle schön und gut, aber... Was soll ich denn damit anfangen? Hörst du mal da auf jetzt hier? Ob du spinnst? Komm, ich muss eigentlich mit der Robbe... Hm. Mal, was muss ich mit der Robbe? Einfach mal einen... Pass hinbekommen. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, was soll man denn damit jetzt machen? Also ganz ehrlich, was soll man da damit machen? Komm, na, 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 na. Einfach schön nach oben gehen. Und jetzt rein. Jawohl, der faule Panda macht das Tor. So, jetzt hier nochmal den Frosch mitgespielt. Nein, 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 Alter, was willst du mich veräppeln? Ist das dein Ernst? Das kann nicht dein Ernst sein. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ehrlich, jetzt komm. Was ist mit der Robbe? Was ist mit der Robbe? Was ist mit meiner Robbe? Was ist denn hier los? Wo läuft die denn hin? Was ist denn mit der Robbe los? Alles schläft? Was ist denn jetzt passiert? Wie alles schläft? Komm, balle den da rein. Zweites Tor. Ja, ja, komm. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Komm, mal den hoch. Und dann kommt der Frosch. Und dann müsste der auch schon drin sein. Nein. Nochmal hier. Komm. Mit der Robbe. Hier machen wir mal den Bull. Wer beschäftigt die jetzt hier? Nochmal hier, Robbe. Jetzt haben wir schon zwei Robben hier am Start. Einen Frosch. Nein. Wo spielst du denn hin, du? Vollhorst. So, und dann nochmal hier. Komm. Jetzt habe ich gewonnen. Ah, okay. Okay, 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 okay. Quasi man, ah, ein Ticket ist quasi ein Leben. Okay. Jetzt muss man gleich mit dem Frosch. Gleich mit dem Frosch. Nein, nein, nein. Gleich, Alter, nicht so, nicht so, nicht so. Gleich mit dem Frosch. Okay. Komm, baller den da rein, ja. Und, nein, 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 nein. Taaah, Schleudepartie. Das kann nicht dein Ernst sein. Komm, bewegt dich mal ein bisschen ins Ziel. Um Gottes Willen, mach was. Jawohl, und? Oh, mein Gott. Ah, Baby. Jetzt spielen wir den da noch. Da soll jetzt hier auch mal ein bisschen Radau-Bruder sein. Kollege, mach mal. Und jetzt direkter Angriff. Hat aber leider nicht so ganz funktioniert. Er versucht jetzt hier einen Querpass drüber. Ich spiele jetzt nochmal die Robbe. Die soll jetzt hier direkt. Und komm. Und, alter Vater, jetzt spiel doch mal direkt da drauf. Komm, mach mal. Komm, den holen wir uns und dann direkt ins Tor rein. Nein, das hat leider nicht so wirklich funktioniert. Nein, 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 nein. So, jetzt nochmal den gespielt. Und so wird es mal ein bisschen die Robbe noch beschäftigen. Hilft mir aber leider gerade alles nicht. Aber das könnte das Tor sein. Jawohl, das entscheidende Tor, das ich dringend brauche. Oh, hier ist ein Frosch. Der Frosch ist nicht gut. Komm, nein, nein, nein. Oh ja, schau mal den Ball weg. Das ist ganz mega wichtig. Und hier könnte es jetzt schon wieder zum nächsten. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir aber hier gleich schon wieder den Frosch am Start. Der sollte hier auch schon... Jawohl. Alles, alles aktuell hier. Alter, mach mein Torwart nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich brauche meinen Torwart. Junge, 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 Junge. Hier nochmal eine Robbe. 31 Sekunden muss ich doch nur noch überleben. Ich muss nur noch 31 Sekunden überleben. Wenn mir die 31 Sekunden gelingen, dann habe ich es doch geschafft. So, also jetzt nochmal den Ball nach da vorne. Jetzt kommt nochmal der, um nochmal ein bisschen hier zu provozieren. Nein, bloß nicht. Mach das nicht. Und jetzt den Ball wieder weggespielt. 9 Sekunden. Das sieht gut aus. Das sollte... Oh Gott. Ja, das sieht gut aus. Auch dieses Match gewonnen. Das bedeutet, ich denke, ich werde die Robbe wohl bekommen. Jetzt muss ich noch ein einziges Match gewinnen. Dann habe ich die Robbe sicher. So, jetzt muss ich tatsächlich mit dem hier gleich erstmal nach vorne gehen. Und mit dem... Ja. Gleich voll auf Angriff. Und der Ball ist drin. Jetzt schon im Tor. Das ist sehr gut gelaufen. Der Typ scheint nicht so wirklich viel Plan zu haben. Der Frosch holt sich diesen Ball mit Sicherheit und wird jetzt... Oh. Das hat nicht so wirklich gut funktioniert. Ist aber auch nicht so problematisch. Kommt mir hier mal... Junge, 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 Junge. Mach mal hier nicht so einen Aufriss hier. Nein. Mach mal nicht hier so einen Aufriss. So. Die Robbe soll jetzt gleich wieder spielen. Und der Ball... Ja, das hat jetzt leider nicht so wirklich funktioniert. Wurde kurzfristig geblockt. Der Frosch ist wieder da. Mein Frosch kommt jetzt aber auch mit ins Spiel. Und wird jetzt auch mit eingreifen in dieses Match. Ich muss nochmal eine Robbe spielen. Eine Robbe. Aber die ist mir teilweise jetzt eben gerade hier ausgerutscht auf dem Eis. Die Robbe auf dem Eis ist hier weg. So. Jetzt müssen wir... Nein, nein, nein. Der Frosch darf natürlich nicht an den Ball rankommen. Das wäre nämlich gar nicht gut. Nein. Nein, nein. Oh mein Gott. Das hat er wirklich sehr gut noch abgefangen. Und der Frosch. Das kann nicht sein. 1,43. Der Frosch muss weg. Der macht nämlich mir mein ganzes Spiel sonst kaputt. Und der muss tatsächlich erstmal hier fort. So. Hier habe ich jetzt auch den Frosch. Und der sollte tatsächlich auf Angriff gehen. Und den Ball... Mach bloß jetzt keinen Käse hier. So. Mit der Robbe. Komm. Oh nein. Komm. Jetzt machen wir hier. Ich werde jetzt... So. Wir brauchen jetzt hier nochmal einen, der nochmal ein bisschen Druck macht. Leider rutscht der auch jetzt aus hier. Aber das könnte unter Umständen auch schon das Ding sein, womit wir... Die Robbe muss auch nochmal... Robbe. Alles schläft gerade hier. Alles schläft gerade. Bedeutet, ich werde jetzt... Jawohl. Vielleicht habe ich ja Glück. Leider hat das nicht so wirklich funktioniert. Aber... Nach wie vor im Match. Wir sind nach wie vor im Match. Der Frosch versucht nochmal an den Ball ranzukommen. Auch hier nochmal der Frosch. Und ich konnte es noch abhalten. Ich kann es... Oh mein Gott. Mach den da weg. Und jetzt könnte es zu einem Tor kommen. Das wird aber wahrscheinlich problematisch werden. Der Frosch ist wieder am Start. Aber ich... Mein Frosch hat den Ball kurzfristig mal unter Kontrolle gehabt. Jetzt werde ich hier mit denen... Oh... Das kann echt noch eine ganz haarige Kiste hier werden. Ich brauche jetzt auch nochmal... Es gibt eine Verlängerung. Jetzt kommt ein zweiter Ball mit in das Spiel rein. Ich muss jetzt hier etwas schaffen. Und jetzt komme ich hier und werde mit dem... Der hat leider nicht so wirklich funktioniert. Oh nein, 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 nein. So haben wir nicht gewettet. Jetzt mach erstmal den Ball da weg. Ich muss mit meiner Robbe auch wieder angreifen. Die Robbe muss auf jeden Fall ins Spiel, ins Match rein. Wenn die im Match ist, nein, Doppeltorfrosch, das kann nicht wahr sein. Der Typ hat tatsächlich jetzt gewonnen. Bad Wolf USA, das finde ich jetzt überhaupt nicht wirklich prickelnd. Ich muss jetzt auch gleich nochmal hier, komm, sofort auf Angriff gehen. Der Frosch muss rein, der Frosch muss rein, die Robbe, seine Robbe gegen, ja. Also jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil der natürlich hier rüber passen wird. Und jetzt müsste, ehrlich, es muss jetzt hier was passieren. Es muss was passieren, sonst habe ich tatsächlich jetzt schon ein Problem. Und das mag ich ungern haben. Ich mag keine Probleme. So. Aber ich brauche jetzt auch mal irgendwie einen Angreifer. Sonst wird das nichts. So, der Ball ist jetzt erstmal weg. Der Ball ist erstmal weg. Und, oh, da habe ich aber nochmal gerade so im letzten Moment verteilt. Nein, der faule Panda, was ist denn das? Was ist denn das? Mach mal den da weg. Der darf überhaupt nicht richtig an den Ball rankommen. Und der kommt aber an den Ball ran. Was ich überhaupt nicht wirklich witzig finde. Aktuell spielen wir das Ding da weg. Oh mein Gott, alter. Baller den da mal jetzt weg. Das ist nicht gut. So. Ja, der Frosch wieder, wieder auf Angriff und immer und immer wieder und immer wieder. Und jetzt könnte es meine... Das kann doch einfach nicht wahr sein. Jetzt werde ich tatsächlich hier dieses Match, so wie es aussieht, gegen diesen Typen verlieren. Wenn der Ball nicht noch irgendwie da jetzt reinkommt. Und irgendwie scheint ihm das nicht zu gelingen, da den Ball tatsächlich in irgendeiner Form ins Spiel zu bekommen. Die Robbe ist auch schon wieder weg. Es ist einfach nur zum verrückt werden. Der Energieboost hilft mir jetzt auch nicht wirklich. Die Robbe fängt nochmal den Ball ab. Aber ich muss mir irgendetwas einfallen lassen. Ich brauche noch eine Robbe. Zwei Robben jetzt hier am Start. Aber auch das wird mir nicht helfen. Der Ball muss... Ich brauche einen Frosch. Ich brauche einen Frosch. Ohne den Frosch kann ich nichts machen. Die Robbe muss auch wieder rauskommen. Robbe. Alter, Vater. So, mir rennt die Zeit jetzt weg. Mir rennt tatsächlich die Zeit weg. Und das ist überhaupt nicht gut. Das darf eigentlich gar nicht passieren. Der Frosch wieder am Start hier. Wieder am Start. Wieder ein Frosch. Komm und jetzt könnte unter Umständen mein Frosch mal hier. Das bringt aber alles gerade nichts. Es bringt nichts. Dieses Ich werde es nicht mehr schaffen. Ich glaube nicht, dass es mir gelingt, irgendwie jetzt noch hier was zu reißen. Weil ich überhaupt nicht mehr ins Spiel zurückfinde. Der hat zwei Sterne geholt. Das war's. Damit habe ich die Robbe leider nicht bekommen. Keine Chance. Ja. Keine Chance. Robbe. Nicht bekommen. Schade. Aber es war ein Versuch wert gewesen. Ärgerlich. Tut mir leid. Leider habe ich die Robbe nicht geschafft. Ich hätte sie gerne gehabt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben. Da schreibt was in den Kommentaren. Rauben nicht den Kanal. Und schau es nicht mal wieder an, wenn es wieder heißt. Rumble Stars. So kommt mit mir. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann. Und... Und... Und...